Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag oder eben auch guten Abend oder gute Nacht. Ich bin da völlig frei von Sorgen. Hallo, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Und heute zeige ich euch mal kein Kurz angespielt und kein Spiel. Ja, das ist gelogen. Natürlich zeige ich euch ein Spiel und zwar ist das Minecraft. Aber nicht nur Minecraft als solches, sondern viel eher den Holase-Linux-Gaming-Minecraft-Server. Ja, da hat sich nämlich einiges getan. Das Ganze sieht gar nicht so schlecht aus. Ist jetzt nicht das Werk von Experten, aber ich finde es schnuckelig und deswegen bringe ich das mal eben videotechnisch zu euch. Bäh, Sprachfehler und so. Äh, assistiert werde ich dabei von meinem leckeren heißen Cappuccino. No name. Und ich hoffe, ja. Ihr mögt ihn auch. Gut, äh, dann drücken wir erstmal hier die wunderbare F1-Taste. Waaah! Yeah, Camera-Mode, bitches. Gut. Gehen wir den Weg aller Wege. Die, 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 die. So. Und hier beginnt sie also. Unsere kleine, ich gehe durch das minimalistische Holasedorf-Tour. Ähm, ja. Wie ihr alle seht, stehe ich mitten im Nichts. Hier sind einige Bäume. Diese sind wunderschön anzusehen und auch total asymmetrisch angeordnet. Das heißt äußerst speziell und äußerst gewollt. Natürlich. Und, ähm, ja. Gehen wir mal die Treppen, die die Welt bedeuten, herunter. Und, äh, entlang dem wunderschönen Käseweg, der hier angelegt wurde. Sind das nicht wunderschöne Fackeln? Eins, zwei, drei, vier zähle ich da. Ich bin begeistert. Und, oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Ich glaube, es wird irgendwann mal ein Haus werden. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn es fertig ist. By the way, ist von mir. Aber egal. Tür auf. Tür zu. Gut, gehen wir noch ein paar Meter weiter. Was haben wir hier? Freier Baugrund? Bitte Grenzen beachten. Oh mein Gott, hier könnte irgendeine freie Natur ein eigenes Haus errichten und sich freuen, Teil der Gemeinschaft zu sein, aber keiner tut es. Äh, egal. Unabhängig davon entfernen wir uns von diesem noch freien Grundstück. Für null Euro abzugeben, wer möchte. Schauen wir uns, äh, weitere Dinge an. Wie zum Beispiel dieses wunderschön angelegte Beet mit Bewässerungssystem. Oh mein Gott, in der Mitte fehlt das Wasser. Aber das macht nichts. Da kann man langlaufen. Durchdacht. Genial. Und doch nicht übertrieben. Ja. Ich glaube, das ist von, äh, Clicky. Clicky. Oh mein Gott, das sind Schafe. Und was ist das? Ist das etwa eine Brücke? Ja, exakt. Es ist eine Steinbrücke. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Ah. Auf der unteren Seite sind auch Treppen. Also für die Optik. Nicht, dass das irgendeinen Sinn hätte. Aber da sind auch Treppen. Und, äh, ja, hier kann man dann hier Zucker abgreifen, wenn man da den Bock drauf hat. Aber da Zucker schlecht für die Zähne ist, mach ich nur kaputt. Und, äh, hab mein Schwert grad verhuckst oder so. Na, egal. Oh mein Gott, das ist auch eine Kuh dort unten. Diese echt aggressiven Kühe. Piss dich. Gut, äh, weiter dem, äh, Kiesweg entlang sehen wir hier einen wunderschönen Kaktus. Und ein wunderschönes Haus, an dessen Ranken ich jetzt hier hochklemmen werde. Mhm. Mal gucken. Also eine schöne, dramatische Melodie wäre eigentlich ganz lustig. Aber ja, lass mir die ja mal weg. Nein! Nicht fallen. So. Jetzt aber. Und, oh mein Gott, wer hätte es gedacht. Es ist genial. Eigentlich will er jetzt hier ausgelicht, äh, hier kann man Türen offen zu machen. Das ist ja Wahnsinn. Das geht alles. Äh, gut. So, gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Deswegen bin ich überhaupt hier hochgeklettert. Ist das nicht wunderschön? Rohbauten. Häuser. Wälder. Häuser. Wälder. Und Häuser. Und Wälder. Hab ich die Häuser schon erwähnt? Nein, es ist wirklich schön. Nur von hier oben ist es ein bisschen zu grün. Deswegen gehen wir den schönen Weg auch wieder runter. Nicht ohne, äh, diesen, äh, gar wunderschönen Balkon zu begutachten. Und, äh, uns, äh, einfach, äh, Zugang zu der Wohnung hier zu verschaffen, die nicht mehr gehört. Hahaha. Abschließen. So. Soll helfen. Streifen wir weiter diesen wunderschönen Käse, äh, Käse, Käseweg. Diesen wunderschönen Kiesweg entlang. Und gehen... Nicht durch diesen Tunnel, nein, verarscht. Sondern gehen wir durch diese wunderschöne Wohnung. Die da ist. Mir. Das ist meine. Dieses wunderschöne Haus. Mit dem weißen Holz. Und mit dem braunen Holz. Und mit dem Dschungelholz. Und mit den Ranken. Ja, ich habe ein Rankenfable. Und, äh, hier steht ein Bett. Es ist rot. Es ist meine Lieblingsfarbe, deswegen ist es rot. Hm. Ich habe sogar einen Keller. Und in diesem Keller... Es ist ein Multifunktionskeller. Dort kann man essen. Diese Dinger. Äh, so. Essen, Hafen. Äh, äh, Harvesten oder so. Und ich habe sogar ein Gate, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Und deswegen ist es der Multifunktionskeller. Ich habe nämlich alles hier. Quasi ist der Multifunktional. Und wenn man jetzt diesen Weg weitergeht, nicht diesen, sondern diesen. Dann sieht man Kürbisse. Eine Million. Äh, sind 14. Egal. Und, äh, eine Million... Melonen, die auch nicht eine Million sind. Und wenn man dann die Dreistigkeit besitzt, hier hochzugehen... Oh mein Gott. Ist mein völlig anderen Haus. Ist das nicht abgefahren? Ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich da Vorstellungen. Wow. So, also da bin ich eben rein. Hier bin ich jetzt rausgekommen. Der Hammer. Ich freue mich gerade total. Irgendwie. Ich gehe voll drauf ab. Ja, eine kleine Enchantment Base. Upsala. Ist aber nicht von mir gemacht worden. Und, äh, ja. Das hier ist, äh... In Bau. Gezeichnet Robin. Herzchen. Ja. Da baut er noch. Der gute Mann. Sieht man auch. Nein, ich weiß ja, was er damit auf sich hat. Hahaha. Uah. Mystery. Mystery. Gut. Folgen wir den Weg. Du, 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 du. Was haben wir hier noch? Slide to the left. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist das Haus von... Moppel. 92. Mit Garten. Multifunktionsgarten. Schöne Grüße, euer Moppel. Ja, gucken wir mal hier. Bücherregale, Kisten, Bücherregale, Kisten. Und weißt du, wisst ihr, was fies ist? In der Mitte, das Wasser. Das heißt, hier kommt man nicht raus, ohne was kaputt zu machen. Und ich hab da schon mal festgesteckt und so. Mach ich jetzt nicht nochmal. Das ist aber kacke. Voll deprimierend und so. Hier, Tür zu. Ich war nie da. Moppel, das hast du nie gesehen. Und jetzt gehen wir zu... Klappi. Tür auf. Du, 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 du. Oh, Moppel, Tür zu hier. Nein, lass mal auf, nir. Dann gehen wir jetzt mal durch und gucken, oh mein Gott, es ist Closed On. Glückwunsch zum Titel. Auf, du feierst. So. Closed On. Hier könnte man jetzt auch noch runtergehen, aber ich tue es nicht. Stattdessen gehe ich in den Garten. Also, es ist eine sehr weizenreiche Region, wie der eine oder andere vielleicht schon gesehen hat. Und es ist auch eine sehr schafreiche Region. Und das sieht nach Enderman aus. Ich war es nicht. Ich nicht, nein. Ich nicht. Kürbis. Uff, hier. Drecks Tür. So, nächste. Du, 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 du. Turbogang. Achso, ich muss noch mal einen kurzen, äh, wow. Ist das nicht ein schöner Garten? O-M-F-G. Es gibt Zucker. Es gibt Bäume. Es gibt Melonen. Es gibt Gras. Und, äh, noch mehr Bäume. Und Gras. Ah, egal. Und hier ist das Ortsschild. Geil! Ein Minecraft-Dorf. Wow. Das ist der beste Name, der überhaupt je für ein Dorf auserkoren wurde. Die, 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 die. Au. Egal. Lassen wir das. Und wenn man hier weitergeht, dann sieht man, glaube ich, irgendwie die Ecke von, äh, D-Danier oder D-Danner. Keine Ahnung, wie der sich schimpft. Jetzt tun wir hier so ein Schild, was dazugehört. Nämlich das da. Meine Mine. Meine Mine. Meine Mine. Gut. Genug davon. Wenn man jetzt hier weitergehen würde, dann würde man diesen, boah, hässlichen Skywalk sehen. Oh Gott. Ich hasse das. Ich meine, hallo? Physik und so? Schon mal gehört? Oh Gott. Ich meine, klar, natürlich, Minecraft hält sich nicht dran. Aber muss man das so ausnutzen? Bäh. Hingekackt und hingeschissen. Ja, genug aufgeregt hier. Weg. Ding, 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 ding. Ach komm hier. Kräfeld ein. Es wird dunkel. Ich hab Angst. Lass mal hier irgendwo hinüpfen. Nein. Ich will da lang. Habt ihr keine Tür? Meine Herren. Ich bin entsetzt. Da muss ich wohl porten. Port abgeschlossen. Lang lebe der Videoschnitt. Jo, ja. Gucken hier. Wo war's? So, da. Hier. Jetzt stehen wir gerade vor dem extrem, wie ich finde, guten Ansatz, eine Burg bauen zu wollen. Aber, äh, ja, da gab es einen kleinen Zwischenfall. Einen Zwischenfall in einem Chemielabor, der leider alles, äh, verändert hat. Und, äh, ja. Das Ergebnis ist ein brachliegendes Gelände, auf dem nicht mal Fackeln stehen. Verdammte Scheiße. Spawnt hier überall irgendein Dreckszeug. Wer ist dran schuld? Ich nicht. Die zwei sind's nämlich. So. Schöne, grüne Plateaus. Hier sehen wir die Häuser von eben und das sogar von hinten. Da gibt's auch Zocker. Und, äh, ja, da alles dunkel ist und ich keinen Bock hab zu verrecken, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, wir skippen die Nacht. Skibididabididibididu. Ähm, that's it. Fucking Magic. Yay. Daylight. Äh, hier, Tür zu. Jetzt sehe ich so, dass wir hier zu Hause sind. Äh, äh, so. Gehen wir auch nochmal auf meine extrem akkurate Baumfarbe, die so circa überhaupt keinen Sinn hat, aber trotzdem nicht gut aussieht. Ne, ursprünglich wollte ich hier mal Dschungelbäume bauen. Fucking Creeper. Aber, äh, ich hab's dann doch gelassen. Oder hab ich's doch gemacht? Ich weiß nicht mehr genau. So. Auf jeden Fall, äh, der Witz ist quasi, kann ich ja nochmal so ein bisschen meine Hintergedanken dazu erklären, der Witz ist dann quasi, dass man von oben auf die Dschungelbäume springt, die viel, viel höher sind als das hier, verdammt nochmal, und dann von oben hier hacken kann. Was ich jetzt nicht tun werde, denn es dauert zu lange. Ding, 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 ich muss mal hier runterkommen, ohne mit den Gräten zu brechen. Nehmen wir den da. Puh, egal. Ja, noch mehr Zucker, kann man nicht genug haben, Karies und so. Äh, ich hab euch meine Tierchen nicht gezeigt. Yay, Tierchen. So, für alle die, die lesen können. Mäh. Mäh. Kelle. Oh, oh, oh. Äh. Kegat. Mäh. Muße. Ey, jemand hat eine Kugel gespürt. Verdammt, was war hier los? Egal. Warum? Wer killt meine Hühner? Mäges. Kaum bin ich mal drei, vier Wochen nicht am Server. Lauter tote Hühner. Und ich muss die Einzelteile aufsammeln. Was ist denn das hier für eine kranke Scheiße? So. Und hier, das ist mein, äh, der hat Scheiße gebaut. Der muss in Einzelhaft. Das ist ein Arschloch. Der schlägt immer alle anderen. Äh, was gibt's denn sonst noch so? Da wollte ich eben hingehen, hab's dann doch gelassen. Nur aus dem einen Grund, weil ich jetzt hier hingehe. Ist alles ein bisschen unkoordiniert, aber wisst ihr was? Macht nichts. Tosti. So. Äh, hier der Rohbau. Nö, eben schon gezeigt. Mhm. Wegdrehen. Ähm, Grünzeug. Und das ist im Übrigen, das bin ich. Also wann immer ihr einen, äh, leuchtenden Melonen, äh, Quatsch, leuchtenden Kürbis seht innerhalb eines Baumes, das war ich. Ich hab da so einen Spleen. Gut, okay, jetzt werde ich wahrscheinlich von zig Leuten kopiert und, äh, deswegen war es nicht mehr ich, aber eigentlich bin ich's. Egal. Geht's mal hier weiter hier. Ich hab nämlich noch eine zweite Hütte gebaut. So auf Scheiß, auf so langer Weile. Und, äh, ja, da unten war man eben. Ich glaub, so langsam oder sicher kann man sich so ein bisschen orientieren. Und hier drin ist, fuck yeah, absolut nichts. Deswegen gehen wir auch wieder raus. Gott, ich muss von den Tieren weg. Ich krieg ja einen Koller. Ich will jetzt mal hier runtergehen. Das war der Tunnel, wo ich eben auch nicht reingegangen bin, ne. Der führt nämlich nach hier hinten. Da hau ich mir mal den Kopf an. Dann kann man hier mal hochspringen. Ganz schönen Sachen, die Minecraft so erlaubt. Und hier kommen wir zu einem weiteren imposanten Gebäude, was, äh, irgendwann durch, äh, ja, das, äh, asoziale Verhalten manchmal, äh, 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 also, ne, da war jemand ganz schlimm. Ich würd mich freuen, wenn's irgendjemand wieder aufbaut. Ohne Scheiß. Weil eigentlich, gut, du war ein bisschen klotzig, aber eigentlich war's schön. Gucken. Zumindest so die Grundstruktur mal wieder herstellen. Fänd ich voll geil. Wasser. Ah, nein. Blöd. Egal. Ö, 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 ö. Oh, und das ist noch ein Haus. Da. La, 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 la. What the? Hochlar. Egal. I will show you my houses. All the custom woods. Und oh mein Gott, ist das etwa ein Grill? Oh mein Gott, ist das cool. Und es ist nichts drin. Ha, 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 ha. Öh. Da hat jemand das Prinzip von, äh, Dings nicht verstanden. Glaube ich. Oder er ist vor kurzem gemäht. Dum, 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 dum. Ich weiß nicht. Hallo. Jemand zu Hause. Hä? Dirty sounds. I don't know what this is, but it's great. So, Kiesfahrt. Ausnahmsweise mal nicht von mir angelegt. Lange lebe der Kies. Sind im Sandstein schon immer Creeper faces? Hm, what the fu- Ei. Das war ich auch nicht. Nicht, dass mir da jemand Vorwürfe macht. Oh, müssen wir keinen Weg zu der Hütte. Verdammter Einsiedler. Lumpenpack. So. Wo war ihn jetzt noch nicht? Wo war ich noch nicht? Haha, ja. Da fallen mir natürlich tausend Ecken ein, wo ich noch nicht war. Weg da. Das ist ja nämlich nur eine kleine Aussicht auf unseren gar wundervollen Server. Weg hier. Oh Gott, ich sitze. Ich platz gleich. Ja, nee. Und jetzt kommen wir zu dem wohl mysteriösesten Gebäude, was es überhaupt jemals gegeben hat. Jemals geben wird. Nichts wird dieses Gebäude überschatten. Oder übertrumpfen. Mein Cappuccino wird kalt. Moment. Fucking lecker. Oh, meine Feder. Danke. Nämlich dieses hier. Nein, das meine ich natürlich nicht. Wo ist denn das tollste Gebäude der Welt, was überhaupt kein Gebäude ist? Verdammt normal. Da, 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 da. Es ist ein Loch im Boden und keiner hatte eine Ahnung, woher er es gemacht hat oder was es soll. Es ist einfach nur ein Loch. Creepy, oder? Ja, und um der ganze Sache noch einen schönen Abschluss. Zu geben. Herrgott, nochmal. Da hinten ist Schnee. Hier ist eine Wüste. Da ist der Klotz. Und hier ist grün. Oh, das ist alles auf einmal. Gut. Ich glaube, hier sind wir irgendwo gestartet. Da werde ich mich jetzt auch wieder hinstellen und mir in den Arsch abfreuen. Da ist die Treppe. Jo, das war spektakulär, oder? Es war nichts Besonderes, aber es war ein kleiner Ausblick darauf, was wir so veranstalten, wenn wir denn auf unserem Minecraft-Server zu Hause sind. Und ja, das wollte ich einfach mal so zeigen. Ja, dann noch so ein tragisches kleines kurzes Schlusswort. Bis vor kurzem haben wir noch so ziemlich jedem irgendwie so ein bisschen Zutritt gewährt auf unseren Server. Und diese Handhabe werden wir über kurz zu erlangen, oder haben wir jetzt eingestellt, weil da kamen halt auch so ein paar Sposten auf den Server. Also so ein paar, ja, Vollpfosten, wie man schon sagen möchte. Lachsnacken und so. Ähm. Ja, die waren nicht so nett. Und dann haben die halt auch so ein bisschen kaputt gemacht. Und dann waren wir alle traurig. Und deswegen... Ah! Äh, haben wir uns überlegt. Wir lassen nun auch Leute da drauf, die auch, ja, aktiv sind auf Volase und die auch irgendwie über IIC oder so bekannt sind. So fremde Bekannte, wie man so schön sagt. So diese Internet-Bekanntschaften. Die Typen, die man halt so ein bisschen, ja, schon kennt. Oder auf Empfehlung, das machen wir auch. Also von irgendeinem Minecrafter, der dabei ist, der dann sagt hier, der ist cool, lass den auch drauf. Und dann überlegen wir uns auch so. Aber ansonsten so Fremde oder so machen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Weil, äh, ja, die Erfahrung hat geprägt. Ne? Irgendwie, wenn da so ein Gebäude von 5, 6, 7, 8 Tagen Bauzeit mal eben ein bisschen weggenuket wird, weil jemand nicht weiß, was er mit den 600 getöteten Creepern machen soll. Ja. Dann ist das doch eher doch tragisch. Okay. Und mit, äh, ewig nervenden Tiergeräuschen verabschiede ich mich. Danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr euch diese, äh, diesen Höllenritt angetan habt. Und, guck mal, das ist alles neu. Wow. Oh mein Gott, das ist einfach nur leer. Und, äh, ja, hat mich doch gefreut. Äh, ja. Tschüss. Mehr kriegt er nicht. Doch. Äh. Colasin-linux-linux-gaming.de Äh, schleich, glaube ich. Macht's gut, tschüss. Ah. Tupi, tupi. Äh. 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 Wuhu!